So, beim letzten mal haben wir Gratland komplett abgeschossen und wir gehen uns jetzt in das Land des Feuers, das ist Land. Kann man nicht irgendwie die ganze Map anschauen? Ne. Ach doch, kann man so das Land der mystischen Teppiche und einen riesigen Teppich. Ganz schön heiß hier. Ja. Auf zur Pyramide, um die Schätze zu jagen. Pyramiden. Pyradonis. Pyramiden sagt mir das. Zeit für die Feuernation. Hey, was ist eigentlich mit dem Indian-Chat passiert? Zombie. Irgendwas stimmt genau bei dem Chat nicht. Ich könnte ja auch ein bisschen Petslops gehen. Ich habe ja nichts verändert. Ich weiß, der kommt durch. Es wird noch nicht angezeigt, komischerweise. Ich weiß, der kommt durch. Es wird noch nicht angezeigt, komischerweise. Overlay ist weg. Ja, aber der kommt bestimmt wieder. Damit aber ich kann versuchen. Warte, ich lass mich mal ein bisschen treiben. Damit er sofort so richtig... Oh, das geht ja nicht aus dem Layout, oder? Ich kann nicht aus dem Layout machen. Vielleicht versuchen, das zu wechseln. Ja, das ist richtig gerade. Ja, das ist richtig gerade. Yo, easy! Bitte aktualisieren. Oh, das ist knapp. Ich weiß nicht, ob es funktioniert jetzt. Kann ich mich bitte bewegen? Da. Eine Pyramide. Aber Pyradon ist jetzt aus Dings, aus Sexualität? Ja. Taktos darf! Geh doch da oben. Ja. Du hast mich durch die Wand gezogen. Das sind nicht Koop. Yeah, Koop-Action. Vorsichtig, fein und rein. Oh, hohohoho. Jetzt war gut. Snipe. Hey, geht wieder. Cool. Ich hab's repariert. Nein! Nimm ich komm! Nö. Und wart ihr schon mal in Ägypten? Ich nicht. Ich auch noch nicht. Dann bist du nach Ägypten geworden oder eher nicht? Nee, ich will auch nicht. Aber da gibt es so viel, zum Beispiel... Arme Dörfer. Sand und Sand. Arme Dörfer. Und Sand und Sand. Und Sand. Und Sand. Und Kanzisation. Und vor allem... Sand. Und 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 Sand. Das ist eine Sache. Das ist auch frei. Ich bin... Fuck, wie heiß bin ich nochmal? Doppel Turbo. Ach, das Ding werde ich machen. Vorsicht. Yeah. Scheiße, wie heißt der kleine... Der kleine Antrieb von Werner ist kalt. Ich hab keine Ahnung. Zumbi? Nein. Vielleicht sind wir nicht sicher. Vielleicht alles falsch. Okay. Erster. Du hast gewonnen. Wir sind ein guter Gewinner. Yeah. Habe ich dir jetzt das Kabel kaputt genommen? Nee. Das wäre unschön. Das geht nicht. Hey. Ich hab die CD nicht bekommen. Egal. Ja, die war... Bisschen knapp. Ich hätte das schon besser springen müssen. Schocki Milch. Schocki. 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 Schocki, heute mal nicht in Flasche. Schocki halt in der Tasse. Und in so einer komischen Tüte. Und in so einer komischen Tüte. Auch so eine Tüte in der Passe. Oh, oh. Eine Lampe. Wir müssen die Lampe treiben. Schreiber. Schreiber. B. Barsel is dein Boden. Schwacki Zettich Blech. Wupp. Das wär... Das war mehr eine Flasche als ein Geist. Ja. Das war... heisse Luft. Haha. Hölig. Lava-Büste. Ha. Oh, da erinnere ich mich. Da spielen wir Feuerwehr-Autos. Ja. Lavada. Lava-Lava. Die Musik ist bedrohlich. Ich nehme die Bombe. Ich nehme die Bombe. Nein, die Bombe! Ich hab sie. Okay. A-Load. Der Bombe darf nichts passieren. Ja. So geht's auch. Ja, ja. Ach so, ich nehme mich die Musik hier an... Ich bin verbrannt. Nein, nicht mehr! Okay, zuck auf Null. Goddammit. Oh, ich war in dieses Spiel auch so schlecht. Bombe? 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 You wanted? Oh, Goddammit. Das ist doch jetzt, weil... Jetzt eropfen sie nur. Ja, jetzt? Ja, jetzt? Ja, jetzt? Ja. Alles okay, Turbo? Wo ist das Problem? Haha. Wir müssen den Sack zugemacht. Ja, das ist der Glück für mich. All die Kutsche! Den Sack zugemacht. Oh mein Gott, unser Zeug schwimmt weg. Held hat gleich hochgespült. Ja. Deswegen ja. Yo. Aha. Das ist cool. Oh, mein Geld. Ich hatte aber kaum welches. Okay, das hinten. Vorsicht. Hier. Vorsicht. Ich mach dieses realistische Bluren. Öfen. Ah, da war das dran. Ne? Mach doch. Eine Steinlampe. Aua. Yo, es ist Zeit für Flammen, Kirby. Eine Lein-Stampe, solange es keine Steinlampe ist. Oder Lein-Stampe. Guck mal her. Ich tue Fleisch. Nein. Wie in Zelda 1. Wie. Wie. Schon wieder verwandelt. Bin ich jetzt in Folge ab und sehen wir beide aus. Ich glaube, wir sind zwei aus. Zwei aus. Uiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiui Ah, der wild gewordene Schlauch! Wie wir alle wissen, blaue... Alter, du drückst mich gleich in den Fall nicht mehr rein. Wir wissen alle, blaue Fäden sind kälter als rote Fäden. Jetzt wird mir der Kuh aber von Weinen... und da unten stehen. Oh oh, das ist wie das eine... wie die eine Sektion in meinem Mario Maker wird. Ah, mach kaputt, mach kaputt! Mach kaputt! Danke. Wof, 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 wof. Ja, die Lava kommt! Bist du sicher, dass Lava kommt? Wir haben sie noch nicht gesehen. Ja, sie kommt. Lange sind wir sicher. Und dieses Geräusch beim Aufziehen ist dann richtig satisfying. Ich mag das Geräusch wieder. Oh, das ist nicht das Scratch-Geräusch. CD! Oh nein, wir haben den falschen Weg genommen. Toll! Ja, das klingt so wie, ich hatte als Kind so eine Art ... Oh! Wir sind schneller geworden am Ende. Ja, weil wir schneller mit Zier waren. Ich hatte als Kind so einen, ja, ich sag jetzt mal so einen Jester, mit so einem Schnur mit so, hier, mit so einer Schwieruhr drin. Mhm. Und so klingt, dass man nur in der Schnur ziehst. Wir haben den Verschellen bekommen können wir, danke. Ja, da habe ich irgendwann mal die Schnur aus Versehen zu lange ausgefahren haben und jetzt funktioniert er, glaube ich, nicht mehr. Du hast voll dran gerissen. Ja, ich hatte den zwischen anderen Stofftieren und dann habe ich ihn irgendwann rausgeholt und hab gesehen, oh Gott, die ganze Zeit stur war die ganze Zeit auf Spannung. Hm, das passiert ja, wenn man zu oft dran reißt. Nee. Du stark erreißt und dann ist es kaputt. Zwei, drei. Genauso wie euer Woody. Okay, du Genie, komm zurück, du bist ein Champ. Hefte zu Genie. BAM! Was fehlt? Die Hoppla. Oh mein Gott, die Hoppla Hölle ist so cool. Das ist so. Hoppla. Hoppla. Mit der Menge. Hoppla. Das nächste wird noch witziger. Hoppla. Ihr merkt, ihr habt eine normale Lava-Welt. Auf einmal habt ihr eine Blütenlevel, Lava-Lave, eine Höhenlevel und Hoppla. Ne. Ne. Das hört doch nicht aus. Ne. Das hört doch nicht aus. Keiner Kreisel. Keiner Kreisel. Oh mein Gott, ich hab's Secret. Oh mein Gott, ich hab's Secret. Es ist so ... Bin leicht da, bin leicht da! Oh shit, dann wird man zerbrückt. What? Rainbow! Weeeeee! Uh, I found something. Ah, der schön, den müssen wir nehmen. Wie hast du damals deine Wohnung eigentlich gerichtet? Random stuff. Bist du einfach kein Mensch für Hallway? Ich bin nicht in diesem Spiel. Schade. Aber Animal Crossing hat dir Spaß gemacht. Ja, weiß ich auch, wer aufgeregt ist. Okay, du denkst du fett. Ich kann mir direkt töten von dir. Ich muss kurz machen. Jane, in einen. Mike. Genau. Rauschen. Frau내 hier weiter aus. Wasser glatt war heraus! Wasser glatt! Wasser glatt! Wasser glatt! Einfach Bindern. Ah! Jetzt liegen wir am Schwanz. Oh? Oh, Trenner. Spargel. Sounddesign 1a? Wieso? Zu laut? Es kann sein, dass es zu laut ist. Hups. Oder war dieses Kling-Kling-Klimm so satisfying jetzt? Ich glaube, das ist ein Mist. Ja, das stimmt. Das ist sehr satisfying. Was ist da links? Ich probiere jetzt, was du die Tattoo laufen lassen. Über die Stapeln. Oh, verstehe. Ja! Ah! Ich muss sehen, dass sie hier durchkommt. Und, yeah. So einen schönen OST möchte man nicht müssen. Wir kommen zurück, Foxy. Oh Gott! Oh, das ist doch früher. Einfach ein kleiner Stego. Oh, Vorsicht. Ich bin ich nicht. Du bist so früher. Das ist doch jetzt. Ich bin der nächste Stapel. Ich bin der Stapel. Der bist du da. Ich bin der Stapel. Wie ist die Stapel? Was ist die Stapel? Der Bohnen ist einfach wobbly, wobbly. Oh, die Stachel! Warte auf den! Oh Gott, der hört es. Na, trock den! You can do it! Ah, jetzt kommt's. Das hab ich verpasst, nur die erste Welt. Oh, die Stachel! Oh, so ein Ding ist das. Oh, das ist auch so cool. Ja, cool! Blau! Schnell, hoch mit dir! Hoch mit dir! Ja! Ja, das ist doch so cool. Na, du bist so cool. Ich liese das, der Blob auch mit dem Takt der Musik über will! Oh, was ist denn? Ja! 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 Ah! Schmerz! Was? Oh! Ich werde das nicht mehr aufbauen. Komm her! Fum, Fum, Fum! Oh, go, go! Ich bin hier. Ja. Aha! Ja, was? Ja, was? Ich bin hier. Was finden wir hier? Hä, warte, was? Oh, stimmt, das war ja nur Bonus. Ich glaube, hier ist zu toll. Das gab es aber auch in den National Island, oder? Ja, stimmt, das ist sicher. Viel Spaß bei Anni. Es ist nur eine Grund, habe ich bei dem Spiel gerade nicht zu viel zu erzählen. Ich habe mich gerade nicht konzentrieren müssen, das Spiel ist relativ easy, aber... Ich habe auch viel zu erzählen. Das ist ja eigentlich auch zu viel. Oh, God! Das sieht hübsch aus, das ist halt schöne Musik, ja. Du? Feiern! Feiern! Was? Was? Vielleicht nicht klar, dass du es halt schon als Kind zuhauf gespielt hast. Das ist gar nicht so. Weil ich wirklich das als Dingsbild, als Warte mal. Wir rennen zum Tür! Weil warte, wir müssen noch die 100 Punkte holen. Okay. Oh, wir sind so dumm. Warte, das geht, das geht. Ja, passt. Warte. Wir werden... Ich habe es. Oder? Ich springen muss übrigens auch. Aha! Yeah! Der war notwendig. Ohne wen wäre das nicht verblendet. Ah, du hast das Spiel gespielt, Körbe! Cool! Als das Spiel rauskam, war ich glaube ich noch nicht 15. Ich glaube nicht oder 12 oder so. Dann war ich. Wie? Das kann aber nicht sein. Oder 10? Ich habe keine Ahnung, wann das Spiel rauskam. Das ist jetzt vier Jahre her. So 15? 2015 kam das nicht raus, aber da hast du schon wohl gespielt. Ach so. Ich glaube es kam 2009 raus, aber ich bin nicht sicher. Du hast da die Box. Ach stimmt. Box. Box. Bein! Was ist los? Begrillend Fleisch! Ich bin aus der See. Oh Gott, wir sind da ein. Tino! Schau, wie sücht der ist. Und der wird das Fleisch haben. Dieses Spiel ist nichts für Vegetarier oder Veganer. Mein Gott, ist das niedlich. Schaut euch an, wie niedlich der ist. Und genommen das Fleisch weg. Das war mein Fleisch! Das ist ein gröner Dino! Vielleicht kam es bei uns 2010. Das geht auch noch. Oh mein Gott, wie süß der ist! Deswegen gibt es auch mehr Dinos. Nichts zum Verweichsten mit dem Dino Dino-Dino-Jungle. Ja, es gibt mehr Dinos in Dino-Dino-Dino-Dino-Dino-Dino-Dino-Dino-Dino-Dino. Wir können Dino nicht anders sagen. Ich glaube wir sind zu langsam. Also wir sind zu schnell, habe ich das Gefühl. Was? Speedrun! Speedrun threats! Was istить Karten odour- ! Dort, was... Ahů, ne? Bin lustig! Ne, nehm ich mit, nehm ich mit! Forgottenland war 5 Jahre in Entwicklung. Woher weiß man sowas? Ich hab so irgendwann... Oh, hab ich abguckt das nur? Morbys! Au! Meine Schuld, ich hätte was machen sollen! Und was die Händler ist, das ist, ich glaube. Speedfall Spreads! Das hast du, das hast du! Oh, das ist unversingend! Die können dann wieder zurück. Das machen wir jetzt. Okay, tschüss! 22 Spreads! Ah, wir sind eh schon viel zu schnell! Wenn wir Fäch haben, wird die zweite Folge neu als die erste. Ich hab ja fast nur nicht festgemacht, theoretisch. Ah, komm zurück! Diese blöde Plattform! Nein! Nein! Ah! Verbiere dich! Nein, in dem Lauten! Komm, 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 komm! Komm! Au! Warte von mir! Ah! Wie kann man sich so dämlich anstellen? Ja, das ist gut, wenn ich nicht. Vorsicht! Hä? Ich hab doch nicht mehr... Ich hab doch nicht mehr... ...und die Speed. So. Die Justin Merch von Beyond... ...Skilltailung. Okay. Wer trau! Wer trau! Wir springen einfach. Wir springen einfach drüber und machen... ...ein Spielproblem. Wir springen einfach zurück. ...der Spielraum. Wir springen einfach drüber... ...und wir springen einfach drüber. Ja! Ich bin noch nicht mehr drüber und machen... ...und wir springen einfach drüber. Jauh. Kann man nicht aufrollen? Doch, kann man nicht. Wie das direkt gespeedet hat. Es war einfach Sonic. Gotta go fast! Nicht du. Oh mein Gott, er ist böse. Oh mein Gott. Tief ab. Wasserfall. Sarawanda! Das ist ja Vareland 3 hier mit dem Gitter. Ja. Aber kann ich klar sagen. Hast du Vareland 3, glaube ich, gestehen? Natürlich. 100 Prozent. 100 Schätze. Aber als Kind. Wow, du hast das als Kind? Ja. Krass. Ich will. Ach, denn jemand hatte Vareland 3, weil das halt so ein 2000er Gameboy-Spiel war. Ich hab das als Kind gehabt. Weißt du, diese, 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 diese Spiele, die halt ultra spät rauskommen für irgendwelche Konsolen, das sind meistens so die Spiele, die du eigentlich nur hast, wenn du das Pack hast, in Anführungsstricken, wenn die neue Konsole rauskommt, sie noch nicht zu haben. Dann hast du das Glück, dass du wahrscheinlich die Spiele kaufst, die später schwer zu kriegen sind. Ich hab das Gameboy-Color-Russe. Ja eben, weil es ein Gameboy-Color-Spiel ist, was, hm, das 2000 erst auskommt. Ja. Stell dir vor, du hast keinen Gamecube. Kaufst du den Mario Party 3. Okay, was? Mario Party 3 ist ziemlich klorke. Ne, ja gut. Boah. Ich hab vorhin mal Mario Party 3 ausprobiert. Den Duell-Modus. Also den Duell-Modus muss man dazu sagen, den hab ich noch nie gespielt. Und ich hab einfach, ich wurde komplett von Waluigi vernichtet. Yeah. Und Waluigi hat einfach ne Piranha-Pflanze und nen Wurm. Und wenn die gelaufen sind, sah das ein bisschen aus wie dieses, dieses Walking-Meme. Ich will schon mal einmal knippen. Die laufen da einfach so. Die Piranha-Pflanze läuft voran, Waluigi in der Mitte und hinten so nen Wurm. Du, 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 du. Sonst kann man locker einfach kurz, äh, quasi ein Gift daraus machen. Ja. Alter, wir haben ne Süßkartoffel. Nein, das ist Chili. Chili? Keine Süßkartoffel? Ja, aber das kann ich sehen. Das ist Chili. Ist halt heiß. Heißer als heiß. Das ist ne Joni-Peperoni. Nein, such mich. Wir suchen dich nicht. Dann wiederum? Oh, wir opfern dich heute! Dem mächtigen Vulkan! Man! Jetzt wird scharf! Ein Vulkan, der ich das ätzen kann. Er hol dein Skurvil-Level. Und auch schon der Boss. Aber mit dem Aussicht werden wir uns heute mit Suchmich beschäftigen. Ein bisschen schroi. Der Flanell-Phönix. Flanell? Der Kerbo-Kerbo-Leverski-March. Oh shit, er ist ins Ho-Oh! Oh shit! Was ist das? Nein, Kleiner! Wandeldi! Pass auf! Nein, pass auf! Das ist immer größer. Shake them! Shake them, Nuggets! Shake them! Hör ja! Hör ja! Aua! Geh hier! Oh shit, jetzt kommen die Meteoriten! Oh, die kommt oben! Oh! Nein, doch nicht! Nein, lass meinen Ship nehmen! Lass meinen Ship nehmen! Nein! Oh mein Gott! Oh! Oh! Das heißt also nicht. Okay, wir schaffen das! No! Nein! No! Don't geOLfe uns her. No, wir können das nicht! Das ist ja so gerätig. So wird das nicht im Fall. im h sagt im im Smash! Noch haben wir das... noch haben wir die Uhr. Ich muss mich treffen lassen. Ich muss mich treffen lassen. Oh, Koppel! Vorsicht. Wir können Feuer auf Lend! Du meinst... Stop? Ja. Das ist Pentai. Nein, Stoppers... Ah! Okay. Wann ich eigentlich? Nein. Okay. Das war nicht bestätigt. Und... Finish her! Nein! Das einzige Problem ist, der war's jetzt vorbei. Zum Glück haben wir genug Geld gesammelt. Ba-pada, ba-da, 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 ba-da... Yes! Jetzt kommt wieder der zweite Text gleich. Wer immer kommen wird. Der Stoff des Königreichs Der Stoff des Königreichs Der Stoff des Königreichs Hurra! Wir haben ein weiteres Stück des magischen Garns gefunden Das magische Garn schimmerte und wandte sich spiralförmig bis in den Himmel hinauf Das Garn webte sich in den Stoff des Königreichs und nähte zwei Teile Stofflands wieder zusammen In Dreamland unterdessen Waren alle Waddle Dees in Schloss Dedede eifrig am Arbeiten Schneller! Los! Weiter! Hier wird nicht gefaulenzt! Laffte König Dedede Plötzlich bemerkte der König, dass einer seiner Waddle Dees etwas... Äh... Seltsam aussah Dieser Waddle Dee war in Wirklichkeit eine von Grimgarns Kreaturen Bald werde ich ganz Dreamland um meine Stricknadeln gewickelt haben! Wierte Grimgarn Was fädelte er da nur ein? Dreamland! Er fädelte was ein! Oh Gott! Das Spiel wird immer besser und besser! Stoffpanz! Außerdem Cake! Hurra! Hurra! Zinkie Pie Land! Okay, hermit der Sanduhr! Zwar genug Zeit des Tages, es ist Zeit für... Hier, wohin eigentlich damit? Dein! Die Nacht bricht an! Hey, das ist wieder Autozeit! Jaaa... Das Beste von allen! Jaaa... Brauchst du wieder droben, oder? Das Auto? Temperamentstempel ist was anderes! Ach so, das ist droben dann... Später kommt Wüsten Rally! Ah, stimmt! Das ist dann... Uh, das ist doch mal Feuerwehr! Feuerwehr Auto! Höhöhöhöhöh! Stille! Wiuuuu! 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 Ja, aber wir spielen ja übrigens gerade auf nem Wii U! Oh, der dachte, die gewinnen zum Teufel! Wiuuuu! 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 Wuuu! Hehehe! Wieso schaffst du es? Jo! Hörbord! Seine Zeichnung fertig! Ich bin gespannt! Jo! Wollen wir uns vielleicht noch in Mario Party 3 dreigen jetzt? Ne! Eine Runde! Eine Runde? Eine Runde! Okay! Pyramide! In meiner normalen Partie könnte Barboot mitmachen! Wie wär's? Jo! Dann machen wir noch eine Runde! Tja! Schon die weitere Abendplanung! Und irgendjemand theoretisch können sehen könnte noch mitmachen wenn Switch Online Plus vorhanden ist! Ja! Aber kein Muss! Wir können Odeo fahren! Uuuu! Dann wiederum! Das können wir auch machen wenn du nicht hier bist! Dann sollten wir noch was machen was nur geht wenn du hier bist! Hallo Frau! Oh! Das war heiß! Jörglo! Ach! Kamelchen! Au! Oh Gott! Zweiter Bomb! Aua! Nein! Nein! Oh! Das ist okay! Das geht! Das geht! Gib mir Fuß! Ja! Oh Gott, der ganze Rangetreck! Ja, müssen wir nochmal machen! Das geht nicht! Jo, darf ich das nicht so lange? Ich spiele den Tattoo! Geil! Ja, das war noch auf Auto-Level. Das war noch auf Auto-Level, wenn ihr euch hier seid. Gibt aber, glaube ich, noch eins in der Eiswelt. Ja. Ja, ich werde noch was anderes machen. Jo! Ich glaube, es wäre alles. Krass! Sehr krass! Dann habe ich Togo die nächste Zeit. Hey, Foxy! Willkommen back! Ich glaube, ob der eigentlich noch einen Tau ist. Kann ich nicht. Spritzi, Spritzi! Das macht Spaß! Hey, was? Ich habe hier sich also drückt, hallo! Eigentlich wäre es sinnvoll gewesen. Oh, da ist wieder rum! Was? Wie spielt es richtig? Was ich einfach weggespruckt habe? Mit welchem weggespr uns? Dus nicht die Strahlenkreuzung! Be-e-e-e-e-e-e-e-e Be-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e Sie ist... Wir fehlen da rum! Ah, okay, ich kann, ne? Das macht jetzt ganz? Ganz! Ich wackele mit dem Schwänzchen! Jo, freut mich. Zwei und eins und zwei und drei. Wir haben noch keine Super-Super-Belohnung bekommen. Aber wir haben trotzdem S dran. Yay. Gold dran. Gold dran. Yay. Und wir bekommen eine Kerze. Kerze. Jetzt ist schon der erste Advent. Nein. Morgen ist Halloween. Und ich hoffe, wir verklappen mit dem Kürbis. Hehe. Wir verklappen die Kinder vor der Tür. Mit dem Kürbis. Gelb. Okay, Feuer, Feuer. Feuer ist heiß. Hier ist ein Feuer. Willst du Feuer essen? Nee. Nein, komm mal. aussagen zu. Ah. Da. Da... Da oben war wir noch nett. Ja. Uuh. Dämmer-Dünen. Dämmer-Dünen. Von den Sim's days. Dämmer-Dünen. Jähye Feuerwehr. ası24. ich gehe neues jahr das ist okay dann ist das jetzt mein reden ich muss gucken ob ich noch drauf oder ja und springt auf jetzt richtig vorsichtig am schwamm das werden viel zu oft zu spielen das hat so viel spaß so sechster platz f099 habe ich reich klingelt heavy lauf 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 fünfter platz vierter platz 2 uhr vierter platz zweiter platz fuzzi ente fuzzi ente erster platz hab ihn erledigt nein warte nach der erste fach uhr blauer panzer hüte wir haben es geschafft wir haben es gewonnen wir sind die champions schreckt dann Hawaii-Kick einen bütischen 3d-toos aber in welcher Region wahrscheinlich nur als der stelle der nachfolge von bremsen die rampage wahrscheinlich nur es wird dann aber ein video war der letzte physische spiel und dann noch ein anderes spiel das ist so dafür können die ja nicht okay wir haben tatsächlich ein bisschen mehr teil als erwartet ja es ist wirklich etwas 40 ja dann würde ich sagen wir müssen mich suchen es kommt in der actionfigur suchen so wir haben noch nicht so viele oder eins ich will mehr drei minuten eine limitless space und 5 so durchsuchen die versteckt sind durch die nur wenn es also eine wohnung ja jetzt sind die aus wie wisps aber noch ein kerst macht keiner bin ich weiß nicht wenn das spiel andere port hat zum beispiel wenn es mit sport und physisch hat sich noch kein job aber wenn es keinen anderen vorgibt ja okay was ich halt weg fand auf der polaris habe ich gesehen es kommt heute noch wieder spiele von irgendwelchen indigenz raus weil hier zusammen damit habe ich nicht gerechnet neuer rekord ich spüre in den baum ich würde gerne einen meiner brüner vorstellen und entspricht ich Gibt noch ne Level. Okay. Mach mir die Quest mit, Dings. Ich hab mich gefunden. Ab wo... Ein Wolken... Ein Wolkenstoff. Super. Ist super, wir sollten mal wieder spielen. Oh, was geht jetzt ab? Hallo, warte. Warte, bitte. Herr Kirby, ich war ja gerade zu hören. Ich müsste zu mir gefallen bitten. Ich gucke jetzt raus über den neuen Stock. Ich hab keine Perlen. Ich möchte vielleicht sagen, wir hast so 10.000 Perlen bringen. Das ist übrigens die erste Monatsmiete. Ja. Wunderbar, das möchte ich uns nicht mal machen. Ich wollte draußen raus sehen. Ich wollte die Perlen haben. Halt, halt, halt. Halt, halt, halt. Halt, 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 halt. Halt, 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 halt. Halt, 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 halt. Halt, 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 halt. Ich brauche Geld. Ich brauche Geld. Wenn sie mir nicht schnell Geld geben, dann kommt dieser Kempferd. Und, und, und dann muss er mich ab. Ja, okay. Bring uns über 10.000 Perlen. Dann kann ich den Stock ein bisschen wogeln. Halt, 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 halt. Halt, 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 halt. Halt, 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 halt. Halt, 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 halt. Halt, 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 halt. Kann ich bitte jemand mit dem Stock schlagen? Kann ich bitte jemand mit dem Stock schlagen? Halt, halt, halt. Halt, 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 halt. Nimm bitte deine Pellen. Wie in die Bebstühle. Wer ist du eigentlich? Das? Das sind Leute. Oh. Ja. Ja, meine Brüder abholen, du hast ihre Läden abzuordnen. Jetzt fällt es mir auf, das sind die drei Sterne, die sind auf Sternen abgebildet. Ja, das kann sein. Na, die Banda, naja, das ist ja ganz praktisch, wenn man es nicht so weit hat. Hallo, ich bin Möbi Welbstuhl. Wenn du Möbel brauchst, bist du bei mir genau richtig. Ich bin Desi Welbstuhl. Ich habe den besten Staflan Staflans und den einzigen. Hey, ein Monopol haben die auf. Lass ich jetzt, ich bin hier vorbei. Hey, wir haben ein Monopol. Der einzigen, warum ist das hier? Monopolkapitalismus, Haut und Haare, wenn er uns frisst. Alter, die Nähmaschine muss sein. Und Kissen. Und das. Und den Spiegel braucht ihr auch. Und das. Und den Battle Royale Korb. Und die Lampe. Nähmaschine. Jings. Alter, die Ex-Folge, wo? Weiß grün, grün... Grün. Blau. King. Und gelb. Und Karo. Und Shanghai. Alles anders? Okay. Warte mal, ändern sich ihr Sortiment jeden Tag? Nein, ich glaube jedes Level. Oder nach einem Level. Okay, wer wohnt hier? Alter, das ist ein Bild von Prinz Plüsch. Okay, mal gucken, ob ich es jetzt doch hinkriege. Nein, ich darf was machen. Okay. Ich sehe den Regenbogen und den Frosch. Das ist kein Moment, dass das gleiche Frosch ist. Regenbogen, yay! Was ist denn, dass das Kamele so veraut hat? Yay. Wer bist du? Der ist übergestanke, ich bin bei allem gerade außer Krabi. Oh, diese Brüder sieht wirklich toll aus. Wurde hier jemand momentan? Ich hatte Perline und werde ich einziehen. Sehr erfreut. Regenbogen, das sind Einbrach, die Pixler, was superfällt für Margeo. Praktisch, ja. Okay, machen wir den auf dem Level. Sammel 600 Perlen in 130. In 130. Perlen, das Kamele, gut. Aber die sehen halt aus, dass sie viel mehr Wufowitz. Stimmt, so wie sind wir irgendwie, ja. Oh, mit Ufo. 3, 2, 1. Yahoo! Yahoo! Go, 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 go. Papa, 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 papa. Wah, papa, woppa. Punkte. too. Jellyfish, 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 testsud speed up! aber sie war gar nichts gibt von diesem spiel bestimmen mal gucken was wir in der nächsten bono einrichten können 222 202 wo ist 404 das können wir noch nicht aber wir haben wir haben nicht so viele perlen auch mit dieser für irgendein shit und weitere wohnungen Ich hab einen Butterbeer in den Griff, der Green Hill in Pumalaus. Such mich! Wir runden. Hey du! Redenbogenfälle? Ich flieh hin da. Oh, das Level ist aber ein bisschen blöd, weil du dich da schwer bewegen kannst. So ein bisschen. Hey! Zwei. Eins. Bein! Du bist weg. Du hast alle. Ha, haben wir. Du kleiner brauner Drecksack. Dir werde ich das Mund stopfen, Kofo. Such mich! Funden! Funden auf Huckabee! Funden auf Huckabee! Schau! Funden auf Huckabee! Da. Woh. Wie viel Zeit? Oh, richtig. Woh. Ich wollte das Geld zappeln. Ja. Bin mir sicher, wir haben genug Zeit, aber... ab der sucht das gleiche spiel war gab es auch keine bisher oder ich habe keine gesehen ja die sieht man hier auch nicht aber ich bei euch ist weil ja dann liegt es wahrscheinlich aber das spiel war wie auch absurde pixel so du hast jetzt kein weiteres oder 840 p ich glaube schon hat das wenig zeit Was war denn mit Flemmen? Sehr kurz. 18 Sekunden, jetzt hat er noch ein Level. Noch ein Level, noch ein Level, noch ein Level. Noch ein Level. 1080p, aber relativ viele flackernde Pixel. Würde ich damit nur sagen. Natürlich. Natürlich. Ich bin in meinem Bomber runtergefahren. Ein Bonbon. Bonbon. In der Pyramienwüste. Im nächsten Part nach wird dann alle Perla-Ferline-Level verstehen. Ich sehe schon Korn. Ich glaube, so ruhig hat die meisten in der Welt. So ruhig. Ich weiß, Mara hat auch nicht so viel. Aber er hat sich nicht so viel. Es ist kein Problem. Die sind meine Seite. ことstätig. Wie ist die Töne? Das heißt, die sind nicht so schnell. Beide ich auf die Töne. Die Töne. Ich sehe die Töne. Sie sind eine Töne. Das ist eigentlich nicht so. Das ist wirklich nicht so. Was war das? Das ist ein Blumen so. Die Töne zu müssen. Die Töne. Spiel! Hab ihn! Okay. Der ist ein bisschen verrückt. Vorsicht, schnachle! Knot? Hm. Da musst du für. Ja. Wo bist du? Das tut dir weh. Ja, natürlich. Da ist er! Oh, der Lag! Das ist ein Mikro-Lag, wenn du den letzten erwischst. Oh, das ist absichtlich. Das ist so ein Slow-Motion-Effekt. Das kann sein, ja. Neue Level! Neue Level! Neue Level! Das hört einfach nicht auf. Hier, kriegt ihr einen neuen Schnitt? Boing! Rot! Boing! Boing! Doch! Und der Poplar-Höle! Ich glaube, Zuko, ich hatte überhaupt nicht jeden Level. Nein. Auch ein Dino-Dino-Dschungel? Das kann sein. Keine Frage. Man wird doch ungewollt die 100%. Das wäre keine Buddy-Spiel. Ja, wenn wir die Zeit dazu hauen. Ich dachte, das Spiel wäre... ... länger. Boing! 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 Boing auch. Schade, ne? Boing! 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 Und das so? Ey, ich seh nie! Hey, Moment, wir haben einen übersehen! Oh Gott, wo ist das? Was ist, wenn eine Tochter versteckt ist? Kommt! Oh! Also! Okay, das musste jetzt nicht unbedingt jeder hören. Ich hab dich gehört. Ich weiß, du, das ist okay. Leute, tun wir im Gefallen und werden niemals krank. Oh, ein Schottenmuster. Ein Schottenmuster. Roter Tataram. Und jetzt fährt ich heute. Tataram. Oh, was ist das? Der erste Wetter hört einfach nicht auf. Na, sieben Minuten haben würde. Mal schauen, was wir danach machen. Ja, ja. Yay! 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 Eins, zwei, drei! Hu! Hm! Hm, 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 hm. Was ist denn, meine? Geredet! Was ist denn, meine? Was ist sieben? Level? Sieben Minuten. Ah, noch sieben Minuten. Ja. Manchmal vergesst nicht, was ich schon zu kurz vorher gesagt hab. Das ist so traurig. Was vergesst? Was? Was? Guck mal, ein Schmetterling. Ich bin gerade fast auf die Austaste gekommen. Hey, da ist einer! Du Lümmel. Du Lümmel. Ja, werht, es ist so traurig. Ich bin gerade fast auf die Austausch. Ich kommt mal. Ich kann mal, ich kommt mal. 175, 675, 1070. Da muss ich einfach kommen. Und ich? Ich ja auch noch offen. Ich weiß ich habe jetzt. Ich binикс von vorne will ich sein. Oh! Da ist er, da ist er, da ist er! Oh, der hat viel zu viele Level, der sucht mich. Such mich, such mich, ihr werdet mich nicht finden. Ich hab zu viel Stoff, den ich euch verschenke. Sonnenblumen. 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 Hättest du nur... Nied und Nied und Nied und Nied und Nied. Aber ja, Warmut hättest du Lust auf! Damit ich weiß das nicht. Werde auf uns eher. Immer noch schnell wer die habe! oder ob ihm zu spät wird wegen... ähm... wegen Arbeiten. Sag ihm, wir sind dann zu viert. Ey! Hi! Ich hab ihn. Gabi, Gabi. Das ist natürlich kein Vergleich zum Mario Party 8, äh, Mario Party 7 mit 8 Spielern, aber trotzdem. 4 Spieler Mario Party? Immer geil. Aaaaaaah, hier weiter! Aaaaaaah! Nein! Das Bienen. Das Bienen-Geräusch. Ihhh, das Bienen-Geräusch war eklig in meinen Augen. Ich krieg noch mehr Stoff! Sieh es mal! Eier! Okay, das ist lieblich. Eck! Noch ein Level? Das ist jetzt aber auf jeden Fall das letzte. Ah! Oh mein Gott! Spielzeug fällt! Oh, Spoiler! 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 Okay. Dann nichts wie weg hier. Dann kommt das mal beim nächsten Mal. Denn beim nächsten Mal widmen wir uns dem Hurra-Land! Hurra! Für zunächst mal und Tschüssi! Bis dann und Aloha!